Willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Das Installieren und Aktualisieren von Windows ist heutzutage keine große Sache mehr. Wer sich an das Thema herantraut, hat in der Regel am Ende auch Erfolg. Allerdings gibt es Ausnahmen, bei denen Fehler auftreten können. Wie man Fehler teilweise bereits im Vorfeld vermeiden kann und weitere Tipps seht ihr in diesem Video. Im Folgenden spreche ich meist von Installationen. Hierbei sind entsprechende Installationen von Windows gemeint. Also Upgrades wie z.B. von Windows 10 auf Windows 11 oder auch Feature-Updates wie 22h2 auf 23h2 und In-Place-Upgrades bzw. Reparaturen. Auch wenn Windows sich meist relativ problemlos installieren und auch aktualisieren lässt, so können bestimmte Dinge dennoch Probleme hervorrufen. Bevor man also größere Aktualisierungen, ein Upgrade von z.B. Windows 10 auf Windows 11 oder ein In-Place-Upgrade durchführt, sollte man gegebenenfalls folgende Punkte prüfen. Für das folgende noch ein Hinweis. Ich nenne hier einige Punkte, die für Probleme sorgen können. Ihr müsst nicht alle Punkte ausführen, wenn ihr Probleme mit einer Installation habt. Wenn ihr den Verdacht habt, dass das Problem von angeschlossener Hardware verursacht wird, dann testet einfach an dieser Stelle. Falls es das nicht war, einfach zum nächsten Punkt übergehen, der euch plausibel erscheint. So könnt ihr das Punkt für Punkt abhaken, ohne ein großes Chaos zu verursachen. Gerade der letzte Punkt, sauberer Neustart, sollte eher als letzte Möglichkeit in Betracht gezogen werden. Also gut, fangen wir an. Sind alle Updates installiert? Man sollte auf jeden Fall prüfen, ob Windows Update noch nicht installierte Updates bereithält oder ob gerade Updates installiert wurden und vielleicht ein Neustart notwendig ist. Durch nicht abgeschlossene Updates kann es auf jeden Fall zu Problemen bei einer Installation oder bei Aktualisierungen kommen. Im Zweifelsfalle ruhig mehrfach nach Updates suchen, um sicherzustellen, dass auch das kleinste Update installiert wurde und keine neuen Updates mehr zur Verfügung stehen. Sind alle Treiber aktuell? Wenn man zu bestimmter Hardware nicht die Windows Treiber verwendet, dann kann es hilfreich sein, zu prüfen, ob es hier Updates gibt und diese gegebenenfalls zu installieren. Möglicherweise verwendet man einen Treiber, der Probleme verursacht und so eine Installation verhindert. Das vorübergehende Entfernen der Hardware, sofern technisch möglich, kann ebenfalls helfen. Angeschlossene Hardware Häufig kommt es auch vor, dass an den PC angeschlossene Hardware Probleme verursacht. Im Zweifelsfall einfach alles abziehen, was für eine Installation nicht benötigt wird. Beispielsweise Drucker, Scanner oder ähnliches. Wenn ihr nicht sicher seid, ob ein bestimmtes Gerät Probleme verursacht, dann Stecker ziehen. Probleme im Gerätemanager ausschließen Vor einer Installation sollte man auch einen Blick in den Windows Gerätemanager werfen und hier prüfen, ob alles normal aussieht. Probleme erkennt man zum Beispiel an gelben Ausrufezeichen. Hier sollte man vor einer Installation nach Möglichkeit alle Probleme beheben. In diesem Gerätemanager hier ist alles in Ordnung. Keine Ausrufezeichen oder sonstige Fehler. Sicherheitssoftware von Drittanbietern Sicherheitssoftware von Drittanbietern ist häufig ebenfalls nicht ganz unproblematisch. Hier ist es empfehlenswert, diese während der Dauer der Installation zu deaktivieren und gegebenenfalls auf die Windows-eigenen Sicherheitsmaßnahmen zurückzugreifen. Wie ihr diese deaktiviert, ist natürlich abhängig von der verwendeten Software. Genügend Speicher auf dem Systemlaufwerk? Je nach Installation wird hier einiges benötigt. Wenn 20 oder mehr Gigabyte frei sind, sollte man auf der sicheren Seite sein. Zum Überprüfen, wie viel Speicher verfügbar ist, öffnen wir einfach den Windows Datei Explorer und schauen unter dieser PC nach. Wichtig ist hier das Systemlaufwerk, also C. Systemlaufwerk auf Fehler prüfen Es kann auch nicht schaden, vor einer Installation den Systemdatenträger, also Laufwerk C, auf Fehler zu prüfen. Hierzu einfach eine Eingabeaufforderung mit Admin-Rechten öffnen und den folgenden Befehl eingeben. Da es sich um das Systemlaufwerk handelt, werden wir aufgefordert den PC neu zu starten. Die Prüfung findet anschließend vor dem nächsten Start von Windows statt. Der hier verwendete Schalter F sorgt dafür, dass Fehler auch direkt behoben werden. Abonnieren Das ist die Zeit für ein bisschen, wenn wir auch nicht zum nächsten Mal sehen. Das Ergebnis von Check Disk lässt sich im Anschluss über die Ereignisanzeige von Windows einsehen. Hierzu mit der rechten Maustaste auf Start klicken und Ereignisanzeige auswählen. Jetzt auf den Abschnitt Windows-Protokolle klicken und dann Anwendungen wählen. Es werden jetzt zahlreiche Ereignisse zu Anwendungen angezeigt. Die Überprüfung durch Check Disk findet man relativ weit oben unter der Quelle WinInit. Systemdateien reparieren. Hierzu eine Eingabeaufforderung mit Admin-Rechten öffnen und den folgenden Befehl eingeben. Die Eingabeaufforderung mit Admin-Rechten öffnen. Die Eingabeaufforderung mit Admin-Rechten öffnen. Der Vorgang dauert einen Moment und am Ende bekommen wir folgende Mitteilung. Nicht dringend benötigte Software beenden. Updates und Installationen können durch inkompatible Apps gestört oder blockiert werden. Beendet gegebenenfalls alle Apps, die für eine Installation nicht erforderlich sind. Datenträgerbereinigung durchführen Das Durchführen einer Datenträgerbereinigung kann auch helfen, Installationsprobleme zu vermeiden. Das durchführen eine Datenträgerbereinigung. Sauberer Neustart Wenn alles nichts hilft, dann könnte ein sauberer Neustart zum Ziel führen. Das ist übrigens ein Tipp, der auch bei anderen Problemen, von denen man die Ursache nicht kennt, helfen könnte. Bedenkt aber, dass ihr das folgende später wieder rückgängig machen müsst und dass sich Windows beim nächsten Start, also dem sauberen Start, anders verhält, da sämtliche Drittanbieterdienste und Autostartprogramme nicht geladen werden. Um einen sauberen Neustart vorzubereiten, öffnen wir zunächst das Systemkonfigurationsprogramm MS-Config. Hierzu einfach auf Start klicken und MS-Config oder Systemkonfiguration eingeben. Über den Treffer Systemkonfiguration starten wir das gleichnamige Programm. Hier wechseln wir nun auf den Reiter Dienste und setzen ein Häkchen bei Alle Microsoft-Dienste ausblenden. Übrig bleiben jetzt nur noch die Dienste, die zu anderen Herstellern gehören. Als nächstes klicken wir auf Alle deaktivieren. Das bewirkt, dass eben diese Dienste beim nächsten Start nicht gestartet werden. Hier kann es in manchen Fällen Ausnahmen geben und ein Dienst wird dennoch gestartet. Das sind allerdings Ausnahmen, auf die ich hier nicht weiter eingehen kann. Wenn ihr hier einen Dienst seht, bei dem ihr meint, dass ihr ihn zwingend benötigt, dann schaltet ihr diesen einfach wieder ein. Doch es gilt, für einen wirklich sauberen Systemstart sollte man möglichst alles deaktivieren. Wir schließen das Systemkonfigurationsfenster mit OK und öffnen jetzt den Windows-Task-Manager. Die Neustartmeldung ignorieren wir. Zum Öffnen des Windows-Task-Managers drücken wir die Tastenkombination Steuerung plus Umschalttaste plus Escape. Hier wechseln wir auf den Bereich Autostart von Apps und deaktivieren alle Einträge. Wenn sich in dieser Autostartliste etwas befindet, von dem ihr sicher wisst, dass ihr es benötigt, so könnt ihr den betreffenden Eintrag einfach aktiviert lassen. Es sollte aber auch hier so viel wie möglich abgeschaltet werden, damit es auch wirklich ein sauberer Systemstart wird. Wenn wir jetzt den PC neu starten, wird ein sauberer Neustart ausgeführt. Während des sauberen Neustarts seht ihr, ob euer Problem weiterhin besteht bzw. ob die geplante Installation jetzt klappt. Sollte ein bestimmtes Problem während des sauberen Neustarts nicht auftreten, so können wir uns langsam an die Ursache herantasten, indem wir die Dienste und die Autostartprogramme nach und nach wieder aktivieren, bis das Problem erneut auftritt. So bekommen wir heraus, welcher Dienst oder welches Programm verantwortlich für das Problem ist und können entsprechende Maßnahmen ergreifen. Diesen sauberer Startzustand müssen wir im Anschluss unserer geplanten Installation oder Reparaturvorgangs wieder rückgängig machen. Hierzu die gerade gezeigten Schritte in umgekehrter Reihenfolge wiederholen. Also alle Autostarts wieder aktivieren, die auch vorher aktiviert waren und mit den Diensten das Gleiche. Trotz größter Sorgfalt vor der Installation kann man eventuelle Fehler nicht ausschließen. Sollte eine Installation fehlschlagen und es wird ein Fehlercode angezeigt, so könnt ihr unter dem folgenden Link nachschauen, was es mit diesem Fehler genau auf sich hat und wie ihr ihn gegebenenfalls vermeiden könnt. Ihr findet den Link zum einfachen Kopieren auch in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Und das war es auch schon wieder. Lasst mir gerne einen Kommentar da, ob eine dieser Maßnahmen bei euch zum Ziel geführt hat oder, falls nicht, was bei euch die Lösung war. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal.